Außer Jochen Hahn. Was macht der 27er? Was macht Gerd Körber? Der hält sich ein bisschen zurück, nur auf der achten Position auf. Aber eine ganz, ganz tolle Überraschung liefert der 28er ab. Das ist Steffen Faas, der Kfz-Mechaniker aus Schönberg, der Race-by-Race-Pilot. Ja, was Gerd Körber hier verrichten wird, ich glaube, der wird noch einmal im Beflügeln, den im Eco-Race-Trag. Das ist ja ein Fahrzeug, wo die Fahrerkabine die kleinste aus dem IVECO-Stralis-Programm ist. Man möchte wenig Windwiderstand bilden. Auch das gilt hier natürlich, darauf zu achten, auf die Aerodynamik. Diese Fahrzeuge, die zwar bei 160 abriegeln, aber über 240 Klamotten fahren könnten. Und warum riegelt man ab bei 160? Weil eben aus Sicherheitsvorkehrungen darauf geachtet werden muss, wenn diese 5,3 Tonnen irgendwo einschlagen, in die Leitplanken, bleibt keine stehen. Also, Abregelung bei 160. Und jetzt hat man eine ganz saubere Fahrt erlebt, bei Gerd Körber, raus aus der Wildsteinkurve, rein in den Abwandbogen. Ganz saubere Fahrt von ihm. Und jetzt, wo er unterwegs ist, bluppert der Motor nur ganz leise vor sich hin. Er schaut auf die 100-Meter-Markierung, da lässt er die Füße vom Gas. Das ist so bei 75 Meter. Dann muss er schon einmal die Bremsanlage betätigen. Kommt sauber raus. 30 Jahre Tragrennsport ist angesagt. Auch bei Gerd Körber in diesem Jahr feiert hier ein Jubiläum. Und jetzt in der Jaguar-Kurve. Da müssen die vier hinteren Gutier-Reifen mal wieder einiges verrichten. Denn diese Fahrzeuge haben so viel Leistung, dass diese Reifen kaum Grip finden. Und es ist auch in diesem Jahr so, dass man hier in dieser vier Restrak-Europameisterschaft mit Gutier-Produkten unterwegs sein muss. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen drüber. Und die Top-Tender-Meisterschaft bekommen sogar ihre Reifensätze zugelost für jeden Renntag. Damit wirkliche Betrügereien dort eingebunden werden. Die 23 an der Spitze des Las Mors. Antonio Albazete, der dreifache Europameister und fünffache Vize-Europameister, der für die Mannschaft von Trucksport Lutz Bernau an den Start geht, hat in diesem Jahr zweimal erst auf dem Podium gestanden. Einmal in Österreich und einmal bei der Veranstaltung in Italien. Antonio Albazete, der jetzt aber in einer sogenannten Cool-Down-Lab unterwegs ist. Also vielleicht sagt, lassen wir die Systeme ein klein wenig abkühlen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nach dieser Runde mal kurz in die Box hineinkommt. Hat einen Vorsprung herausgefahren von kaum messbaren 13.000 Sekunden auf Norbert Kisch, auf den einzigen Ungar hier im Teilnehmerfeld der vier Restrak-Europameisterschaft. Wir haben in diesem Feld einen Spanier mit Antonio Albazete. Der führt das Las Mors an einen Ungar. Das ist Norbert Kisch, der ist auf der zweiten Position aufgelistet und haben sieben Deutsche mit am Start. Wir haben aber auch aus Frankreich mit von der Partie drei Franzosen. Einer ist Jeremy Robino, der kommt aus Le Mans. War früher ein Jahresjahr in der Motocross-Meisterschaft unterwegs. Und wenn man weiß, Frankreich eine ganz, ganz starke Motocross-Nation. Und wenn man dann hört, Jeremy Robino, der war in seinen jungen Jahren schon Dritter in der französischen Motocross-Meisterschaft. Der gelernte LKW-Fahrer vom Team Robino Competition ist er hier benannt. Dann weiß man, das ist ein richtig, richtig harter Fighter. Obwohl ihm auf dem Nürburgring auch noch nie bei einem Europameisterschaftslauf ein Platz unter den Top gelungen ist. Vielleicht in diesem Jahr bremst sich jetzt hinein in die Mercedes-Arena. Steht aber aktuell mit einer Rückzeit von 2.06 Uhr. Nur auf der 13. Position. Und es ist das erste von zwei 30-minütigen freien Trainingssitzungen. Und auch hier hat man gesehen, Leistung ohne Ende. Im rund 1.000 PS starken, rot lackierten MN-Trakt, der auch nicht mehr jüngeren Jahres ist, wurde im Jahr 2005 ja erstmalig zum Leben erwinkt. Neben Adam Lacko hat die tschechische Freitlinermannschaft noch einen zweiten Mann mit dabei. Das ist David Frischenski, der im vergangenen Jahr nicht am Start war. Und auch in diesem Jahr weder in Österreich noch in Italien das Fahrzeug pilotiert hat. Dort hat man es an andere Piloten auf Tschechien mal für einen kurzen Moment übergeben. Trainingsschnellster, das ist Sascha Lenz. Der zeigt hier schon einmal mit der Zeit von 1.56 Uhr, das definitiv an diesem Wochenende mit ihm zu rechnen ist. Zurück zu David Frischenski, die 33, der auf der 11. Trainingsposition steht. Der kommt aus Rudnitsche aus Tschechien. Ja, Riesenaufschlag, wie gesagt, für den Windpower. Sven Walter Logistik, MN von Sascha Lenz. Lenz und wir hatten ja im vergangenen Jahr in dem Top-10-Qualifying Jochen Lahn als Trainingsschnellsten gehabt mit einer Zeit von 1.54.5. Und jetzt auf dieser noch etwas feuchten Strecke, da fährt ein Sascha Lenz. 1.56.7. Der Junge, der mal mit einem Mercedes-Benz du Brasil hier oben in der Eifel begann, mit einem umgebauten Langhauber, der sich hier in die Herzen der Zuschauer in der Eifel hineingefahren hat. Ja, ebenso wie bei den vielen, vielen Auftritten auch ein Antonio Albacete, die 23, der auf der dritten Trainingsposition steht. Aber mit dem jetzt einiges hier zu erwarten ist, kommt an Start und Ziel drüber. Antonio Albacete springt auf 1. Es hat sich abgezeichnet, er fuhr die absolut schnellste Zeit in Sektor 1, persönlich schnellste Zeit Sektor 2 und 3 und Antonio Albacete. Er hat eben diese Cool-Down-Lab-Absolviersysteme abkühlen lassen, die Reifen ein bisschen abkühlen lassen, die Guttiereifen hatten neuen Anlauf genommen. Und jetzt ist es an der Reihe für den Zweitplatzierten. Jochen Hahn vielleicht noch einmal nachzulegen. Und was macht ein Sascha Lenz, der sympathische 30-Jährige aus Pleit? Das ist ein Junge, der auch so ein bisschen technisch beraten wird von Jochen Hahn. Immer dann, wenn ich Gelegenheit gebe, geht der Jochen Hahn mal zu ihm oder auch umgekehrt. Er fährt auch gerne mal runter mit seiner Familie in den Schwarzwald Sascha Hahn. Und als die beiden ja für MRN unterwegs waren, gab es auch immer so eine kleine technische Unterstützung. Vielleicht in diesem Jahr etwas mehr. Denn ein Hahn hat ja gewechselt zu Iveco und der Sascha Lenz hier im Bereich der Mercedes Arena unterwegs. Hat einen ganz tollen Aufschlag im Fahrerlager. Sollte man unbedingt einmal vorbeischauen. Absolut aufgeräumt. Das Team zählt. Absolut Top-Mechaniker. Und wirklich eine Granate, was der Junge hier abliefert. Was ja schon seit Jahren granatenmäßig abgeliefert wird beim Team von Jochen Hahn, vom vierfachen Europameister. Er stieg ja ein, auch hier oben in der Eifel vor vielen, vielen Jahren, als sein Vater aufhörte. Da waren die beiden noch gemeinsam in einem Rennen unterwegs. Da gab es viel Freude auf dem Siegerehrungspodest. Während wir jetzt keine Freude sehen beim 22er, beim José Manuel de Sosa, der Portugiese, der in die Boxenstraße abgebogen ist mit dem Renault. Der Mann, der ja in den letzten beiden Jahren nicht in der Eifel mit von der Partie war. Rein in die Box kommt auf die 21. Jeremy Robino. Hahn bleibt draußen. Fass bleibt draußen. Während wir jetzt von Jochen Hahn hier noch einmal eine Zeit erleben dürfen, wo er auf 1 springt. 1,56,2 waren es eben. Er kommt zurück mit 2,22. Hat einen neuen Anlauf genommen. Er hat das getan, was auch eben Antonio Albazete macht. Der Cool-Down-Lab abgeliefert. Und jetzt wird wahrscheinlich doch einmal der Angriff gestartet werden. Nicht nur von Jochen Hahn, sondern auch von Gerd Körber, der 27er. Wo steht er aktuell nur auf Platz 13? Das ist definitiv zu wenig für die Mannschaft. Die Bullen von Iveco Magirus, so nennen sie sich ja bei der Teammeisterschaft. Und jetzt kommt er an, Gerd Körber, mit dem 1.100 PS starken Iveco, Strahlis hinein in die W-Dol-Schikane. Der muss wieder früh aufs Gas gehen, muss den ganzen Schwung dort mit hier rausnehmen, Richtung Jaguar-Kurve. Dann werden wir auf die Zeiten schauen. Gibt es hier schon die Möglichkeiten der Verbesserungen? Denn wenn man sich die Sektorzeiten anschaut, dann wird er jetzt einen Sprung nach vorne machen, Gerd Körber. Er kommt jetzt Richtung der Zeitmesschleife. Auf 13 stand er. Was passiert in diesem Moment? Rück nach vorne, Gerd Körber auf die fünfte Gesamtposition mit 1.57. Und jetzt wird man zu locken im Team von Josh Klöckler, dem Teamchef vom Team Schwaben-Track. Das ist ja eine Geschichte, die hier gestartet worden ist. Mit Auszubildenden aus dem Hause von Iveco hatten wir diese Fahrzeuge aufgebaut. Ein Riesenteam entwickelt, so wie das Ganze auch beim Jochen Hahn, beim 43-jährigen Altensteiger, über die Bühne gegangen ist. Klein angefangen. Und es ist die größte Mannschaft, die wir momentan hier im Fahrerlager vorfinden. Er, der diese Draxia mit einer feinen, feinen Mannschaft selbst zusammenbaut. Das Ganze wird eingeliefert in Einzelteilen. Da wird der Rahmen zusammengesetzt, wird verstärkt. Aber da darf nicht geschweißt werden. Das Ganze darf nur überstreben, verschraubt werden. Der Tank ist mit eingearbeitet in das Rahmensystem. Man hat ja ungefähr 85 Liter Diesel mit an Bord. Und die benötigt man auch, um eben über diese Renndistanzen, Einführungsrunde und 13 Rennrunden zu kommen. 1.55.3, ich habe es mal angedeutet. Der hat eine Cooldown-Lab abgeliefert. Dann kam der neue Angriff. Jochen Hahn, der Iveco, funktioniert. 1.55.3, damit ist man bis auf achtzehntel Sekunden herangefahren. An die Zeit, die man im letzten Jahr abgeliefert hat im Top-10-Qualifying. Albazite wird dir nachlegen können. Was macht der Lenz? Der kommt in diesem Moment hier oben an Start und Ziel durch. Seine roten Zeit 1.56.7.9. Damit war er nur sechshundertstel Sekunden langsamer. Sascha Lenz als noch in seiner dritten Runde. Wird jetzt zurückgedrängt auf die vierte Position. Denn David Frischetsky ist durch an Start und Ziel. Aber es ist noch einer schnell unterwegs. Und da werden wir uns freuen dürfen auf vielleicht die nächste Zeitmessung von Antonio Albazete, dem Atelänen, der unterwegs ist für die Mannschaft von Transport Lutz-Bernow. Die Mercedes-Mannschaft von Markus Bauer, André Cousin, Tankpool 24. Was passiert dort aktuell? Er kommt hier Richtung der Zeitmessschleife in Kürze. Sehen wir dann die neue Zeit von André Cousin. Stand auf elf bleibt noch weiterhin auf der elften. Aber vorne, dort haben wir einige Veränderungen. Hinter Hahn, Lacko, Albazete, Kisch haben wir eine Steffi Halm. Dann haben wir auf der sechsten Position David Frischetsky und auf sieben Sascha Lenz. So schnell kann es hier gehen. Und die ersten sieben sind mal gerade getrennt von 1,3 Sekunden. Steffi Halm hat also hier auch das Herz in beide Hände genommen. Sie geht hier für die Mannschaft von Reinhardt & Wendtcher an den Start. René Reinhardt, der im vergangenen Jahr so stark in der Europameisterschaft unterwegs war, hat gesagt, ich kann in diesem Jahr nur so ein bisschen Sponsor und Teamchef machen. Denn der Drittplatzierte des vergangenen Jahres, der ehemalige MAN-Pilot, hat beruflich bedingt keine Zeit. Er hat ja in der Nähe von Sprenberg eine Spedition mit gefüllten 800 LKWs. Und er sagt als Geschäftsführer, muss ich auch dort präsent sein. Steffi Halm ist momentan auf der zweiten Meisterschaftsposition. Sie, die ja nicht nur in den Rennplatz schnell unterwegs ist. Nein, sie fährt ja auch beispielsweise im Porsche Sports Cup. War vor einigen Wochen auch hier in der Eifel mit von der Partie gewesen. Ultraschnell dieses Mädchen, die ja früher auch schon in Formel-Serien dabei war. Formel König, Formel Renault fuhr, Alpha 147er Cup, Porsche Carrera Cup, Mini-Challenge. Überall haben wir sie schon erleben. Dann laufen die Diplom- und Verwaltungswirtin aus Ammerbuch. 33 Jahre in diesem Alter. Eine Dame darf man davon noch sprechen. Ist sie alt, 44, die Startnummer. Und wie schnell ist sie unterwegs? Hat im ersten Sektor eine Zeit abgeliefert, wo wir sagen, okay, war im zweiten Sektor ein klein wenig zu langsam. Es wird definitiv keine Zeitenverbesserung von ihr geben. Kommt jetzt auf die Start- und Zielgerade. Steffi hat den ganz, ganz starken MAN. Fährt eine Rundenzeit von 1,57. Ist damit so rund eine Sekunde noch entfernt von ihrer eigenen Bestzeit. Also sie wird hier noch einiges machen können. Und jetzt dürfte vielleicht der Moment der Attacke gekommen sein. Die letzten anderthalb Minuten laufen auch für Adam Lakko, für den Tschechen, der seit dem Jahr 2003 in der Eifel erst sechs Laufsiege einfahren konnte. Davon zwei im vergangenen Jahr. Er hat im letzten Jahr den Sonntag gerockt. Die 55 Adam Lakko rockt er auch hier. Die freie Trainingssitzung bleibt aktuell mit einer für ihn persönlichen Bestzeit mit 1,55,5 auf der noch zweiten Position. Aber die Attacke dürfte jetzt hier im letzten Umlauf kommen. Was macht ein Jochen Hahn? Der wird versuchen noch einmal nachzulegen. Mit 1,55,3 steht er an der Spitze des Feldes. Aber der sagt sich auch, der Iveco, der muss weiter ausgetestet werden. Das ist eine komplette Neuentwicklung. Und das ist das dritte Rennwochenende erst für den neu entwickelten Iveco. Und Jochen Hahn fuhr im letzten Umlauf 1,55,4. Seine Bestzeit steht bei 1,55,3. Was wollen wir mehr? Er wird sagen, das Ding funktioniert. Ist in der Lage, konstant schnelle Runden zu fahren. Lenz fährt vor auf die fünfte Position. Sascha Lenz, 1,56,1,99. Auch das funktioniert prestig. Hahn, der deutsche Trainingsschnellster aktuell, da wir jetzt in den letzten 15 Sekunden dieser ersten 30-minütigen Trainingssitzung sind. Wir haben heute noch eine zweite freie Trainingssitzung zur Verfügung. Der Knorr gebremste Iveco von Jochen Hahn. Man hat wieder eine Arbeit geleistet in den heimischen Städten, in einem kleinen Ort in der Nähe von Altensteig. Ist ja seine Werkstatt, die vor gefühlten 3, 4 Jahren komplett renoviert worden ist. Ein absolutes Schmuck. Und jetzt ist es draußen das schwarz-weiß gerierte Tuch. Als Erste wurde abgewunken. Steffi Hallen aus Ammerbuch, aus Deutschland. Sechste Trainingsposition. Der nächste, der durchkommt, die 42, das ist André Cozim. Der Deutsche aus Großen-Lüder steht momentan auf der 10. Gesamtposition. Und dürfen wir noch was erwarten vom 55er, von Adam Lackow. Der fuhr im ersten Sektor die absolut schnellste Sektorzeit. Jetzt kommt er hier oben an, Start und Ziel durch. Hinter Erwin Klein-Nagelfort, hinter dem Niederländer. Zeitet in diesem Moment aus Adam Lackow. Er bleibt auf der zweiten Position stehen. Mit einem Rückstand auf den IWK von Jochen Hahn von einer Zehntelsekunde. Heinz-Werner-Lenz kommt auch noch mal durch. 17. Gesamtposition für ihn. Der natürlich hier technisch ganz deutlich dem Feld aufgrund der Motorleistung. Und aufgrund des Alters des Fahrzeuges hinterher hinkt. Und wir warten natürlich auch noch auf Norbert Kiesch. Denn da könnte sich noch etwas tun. Norbert Kiesch, der Ungar, der 32-Jährige, der zweifache Europameister. Im letzten Jahr wurde er Fünfter auf dem Mercedes-Benz, mit dem er im vergangenen Jahr seine erste Saison bestritten hat. Cheftechniker Stefan Honens, der ist der Genialste in der Serie. Er räubert jetzt Norbert Kiesch-Wüst über die Curbs in der Wendol-Schikane. Kann er hier noch einmal herankommen? Kann er noch einmal den Spieß umdrehen? Han, Lacko, Albazete, Kiesch. So steht es momentan hier auf dem Monitor in der weißen Farbe niedergeschrieben. Er kommt an Start und Ziel durch. Norbert Kiesch springt auf zwei. Und jetzt wird man frohlocken bei Markus Bauer. Der Motorsport GmbH bei Tankpool 24. Aktuell der zweite Blatt. So weit vorne haben wir in diesem Jahr ihn noch kaum erleben dürfen. Der Mercedes-Racetrag mit dem privaten Team von Markus Bauer. Da sagen wir jetzt schon einmal herzlichen Glückwunsch zu dieser wirklich tollen, tollen Leistung. Einmal an Jochen Hahn, an den Ibeko, der hier absolut top funktioniert hat. Einmal an die Mannschaft von Mercedes mit Markus Bauer. Glückwunsch an Norbert Kiesch, der zweitplatzierte Adam Lacko, der Freitliner-Pilot aus Tschechien. Auf drei, Albazete, der Spanier, auf MRN, auf vier und ein Riesenaufschlag. Glückwunsch an Sascha Lenz, an den jungen Mann aus Pleit, aus Deutschland, auf dem MRN. Fünfter, Steffi Halm, die amtierende Zweite in der laufenden Meisterschaftssaison auf MRN. In der sechsten Position auf sieben Friszecki, auf acht der Ibeko von Gerd Körber, auf neun Janjek und auf zehn. Auch da wird man sich drüber freuen, André Kursim. Soviel also zum, in Anführungszeichen, noch lockeren Aufschlag in der Restrak-Europameisterschaft, wo wir ja noch ein zweites Freistraining heute zur Verfügung haben, bevor es heute Nachmittag dann hineingeht in die Geschichte des Qualifyings. Ja, in Kürze wird sich dann mein Kollege Uwe Winter melden mit der Spezial-Tourenwagen-Trophy. Wir schauen aber auf die elfte Position. Steffen Faas, der neue Ibeko-Pilot, auf der elften. Jeremy Rubino, der MRN-Pilot, der liefert die zwölfte Gesamtposition ab. Und dann gehen wir runter nach Portugal zu José Rodríguez mit der Startnummer 14 der MRN, des 40-Jährigen, auf der 13. Position. Mit der 99 haben wir José Fernández Teodosio, der in den letzten beiden Jahren nicht in der Eifel am Start war, auf 14. Aus den Niederlanden, der schnellste Niederländer, Erwin Klein-Nagelfort, der Scania-Pilot mit, ich glaube, einem MRN-Motor befeuert, denn auch das gibt das Regelwerk her. 22 die Startnummer, der 16. José Manuel Sosa, auf der 17. Position der Mercedes-Benz von Heinz-Werner-Lenz, der 25-jähriges Jubiläum feiert. Der nächste, Rodriguez aus Portugal, Eduardo, auf der 18. Position und der 2. Niederländer im Bunde, mit der Startnummer 45, ein Race-by-Race-Pilot aus Ihorst-Kiss-Sandbergen. Der Runde, das fällt der 19 Piloten in der Truck-Europameisterschaft ab. Ja, und damit sagen wir an dieser Stelle zunächst einmal für einen kurzen Moment Tschüss und wir wenden uns dann ein klein wenig später mit der Spezial-Tourenwagen-Profi zurück. Und sagt RPR mal Bescheid, dass die da Musik spielen können. Und sagt RPR mal Bescheid. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nächster Programmpunkt hier beim Track Grand Prix auf dem Nürburgring, die Spezial-Touren-Wagentroffee, die eine ähnlich lange Geschichte hat wie der Track Grand Prix hier auf dem Nürburgring. Wir sind in der 32. Saison. 1986 fand die Premiere statt, der Spezial-Touren-Wagentroffee im belgischen Zolder, dort wo auch der Track Grand Prix seit vielen Jahren traditionell gastiert. Und das freie Training der Spezial-Touren-Wagentroffee ist seit wenigen Augenblicken geöffnet. Das Ganze bei einsetzenden Regen. Wir sehen das auf unseren Streckenmonitoren, dass Regen einsetzt, insbesondere im Bereich der Mercedes Arena. Vielleicht für die Akteure kein schlechtes Timing im Moment, weil für morgen sind ja kräftige Regenfälle hier in der Eifel angekündigt, sodass man also jetzt gleich in wenigen Augenblicken möglicherweise auch auf komplett nasser Fahrbahn unterwegs sein wird. Natürlich, die meisten der Piloten favorisieren trockene Fahrbahnen, aber wer in die Eifel kommt, der muss damit rechnen, dass wir hier wechselhafte Witterungsbedingungen haben. Die SCT gastiert in diesem Jahr gleich mehrfach hier auf dem Nürburgring. Beispielsweise dann auch in wenigen Augenblicken im Rahmen des ADAC GT Masters und auch das Finale im Oktober wird hier an gleicher Stelle ausgetragen. Wir haben ein Feld von rund 40 Fahrzeugen und wie der Name Spezial-Touren-Wagentroffee vermuten lässt, handelt es sich um sehr spezielle Touren- und GT-Fahrzeuge. Das heißt also in einer Leistungsstreuung von etwa 350 bis 650 PS oder 300 PS am unteren Ende, 650 PS am oberen Ende. Das ist so die Spanne, das Ganze aufgeteilt nach verschiedenen Klassen, nach Hubraumstufen eingestuft. Wir haben zwei Divisionen am Start, die sogenannte Division 1, das sind die stärkeren Fahrzeuge, während wir da in der Mercedes-Arena einen Dreher sehen von der Startnummer 34. Und das ist ein bildschönes Fahrzeug, der S-Martin Vantage V12, der hier von Dr. Alexander Lienau bewegt und in dem Fall gedreht wurde bei dieser einsetzenden Regenfront unten in der Mercedes-Arena. Das ist zum Glück nur wo eingeschlagen, weil es ein bildschönes Auto ist, mit einer langen Historie. Und ja, üblicherweise bewegt da Dr. Alexander Lienau das Auto fast ausschließlich bei trockenen Bedingungen. Deshalb sind wir schon positiv überrascht, dass er jetzt rausgefahren ist beim einsetzenden Regen. War ein bisschen zu früh auf dem Gas und dann hat er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Bekommt da jetzt offensichtlich nochmal eine Wiederholung. Eingespielt das Ganze nicht in der Mercedes-Arena, sondern in der Querspange. Ja, das ist glaube ich nicht in der Querspange. Egal, sei es drum. Auf jeden Fall im Bereich der Mercedes-Arena hat er sich rausgedreht, kann das Training aber wieder aufnehmen. Ja, zwei Divisionen, Division 2, also die PS-schwächeren Fahrzeuge, aber da sprechen wir auch von bis zu 400 PS in der Spitze, die sind an den dreistelligen Startnummern gut zu erkennen. Die Division 1 Fahrzeuge, dort wo wir teilweise richtig schnelle Apparate an dem Start haben, wie zum Beispiel den Porsche 962 von Klaus Abelen bewegt. Das sind die Fahrzeuge mit den zweistelligen oder gar nur einstelligen Startnummern. Klaus Abelen, Gaststarter an diesem Wochenende, fährt er das erste Mal in dieser Saison mit seinem Porsche 962. Er ist hier am Norberkring bekannterweise zu Hause. Man kennt das Team aus der VLN, Frikadelli Racing und diesem Porsche 962, dieses Gruppe C-Fahrzeug, das hat sich der Klaus Abelen, ich glaube vor drei Jahren war es, in Amerika besorgt. Und seitdem gastiert er immer wieder mal, insbesondere bei der STT hier auf dem Norberkring. Ja, 30 Minuten freies Training, wir haben ja insgesamt sehr viel Trainingszeit an diesem Wochenende. Für die Spezial-Touren-Wagen-Trophäe werden heute in der Mittagszeit das zweite freie Training erleben, bevor dann um 15.45 Uhr das Zeit-Training angesetzt ist. Das Zeit-Training für Rennen 1, das dann morgen Abend ausgetragen wird. Wenn wir sagen, morgen Abend 17 Uhr, also am späten Nachmittag ist es dann soweit. Und ja, wir haben spektakuläre Autos dabei, der Porsche 962 ist ein Beispiel von vielen. Ich denke da zum Beispiel auch an den Lamborghini Huracan von Anna Lorenzo, der hier an den Start geht. Wir haben den Ford GT und jetzt im Bild auch für Sie, liebe Zuschauer, auf der großen Leinwand, der 962er Porsche von Klaus Abelen, genannt Frikadelli, also der Fleischwarenproduzent, der hier natürlich von der Papierform her zum Gesamtsieg-Favoritenkreis zählt. Aber, wie gesagt, die Bedingungen, die sind nicht unbedingt die, die man sich mit einem Gruppe C-Fahrzeug wünscht. Umso weniger überraschend ist, dass René Freisberg im Moment der zweitschnellste im Klassement ist. Und das mit einem relativ kleinen Seat Leon. Man muss das relativieren, weil dieser Seat Leon, der hat ungefähr 330 bis 350 PS vorbereitet nach dem Reklement der TCR oder TCA. Und dieser Seat ist natürlich jetzt im Nassen besonders gut zu bewegen. Weiteres spektakuläres Fahrzeug, der Ford GT, gefahren von Jürgen Alzen. Und wenn ich eben gesagt habe, der Klaus Abelen, das ist ein bekannter Mann hier am Norbert Kring, dann gilt das auch für den Jürgen Alzen. Der ist nämlich Rekordsieger in der VLN, was Gesamtsieger anbetrifft. Seit vielen Jahren hier am Norbert Kring zu Hause. Und in diesem Jahr hat er gesagt, konzentriert er sich auf die Rundstrecke und bewegt in der STT diesen Ford GT. Und das macht er mit großem Erfolg. Das haben die ersten beiden Stationen gezeigt, als der Saisonauftakt in Oschersleben, beziehungsweise in Hockenheim und anschließend in Oschersleben, durchaus nach dem Geschmack von Jürgen Alzen gelaufen ist, der jetzt in die Box zurückkehrt. Und er als Tabellenführer angereist ist hier zum Norbert Kring, zusammen mit dem schnellsten Mann bis dato in der Division 2, nämlich mit René Freisberg. Ein kleiner Quersteher in der Mercedes-Arena vom Audi TT. Ludwig Vetz fährt hier den Audi TT RS, hat das Ganze aber ganz gut wieder geregelt bekommen. Aber die Bedingungen sind diffizil, das merken die Akteure und entsprechend vorsichtig versuchen sie hier zu agieren. Gilt auch für ein weiteres spektakuläres Auto, nämlich den Danker Ford von Johannes Kreuer, der sehr, sehr leicht ist, dieses Fahrzeug und daher auch relativ wendig. Die Motorleistung ist natürlich bei weitem nicht vergleichbar mit dem Porsche 962 beispielsweise. Und so lässt sich auch der Rückstand hier von unserem Danker Ford-Piloten im Training bisher gut erklären. Da fehlt ihm nämlich ziemlich genau eine halbe Minute auf die Bestmarke von Jürgen Alzen. Michael Bäder, das ist der dritte im Moment im Bunde mit der Startnummer 7, zwischenzeitlich auch in die Box zurückgekehrt. Der ist auch hier am Norbert Kring zu Hause, ist viele, viele Jahre auch in der VLN unterwegs gewesen. Im G-Trag BMW, zusammen mit seinem alten Kumpel Tobias Hagemeier sind sie viele, viele Schlachten hier auf der Nordschleife unterwegs gewesen. Ja, immer wieder leichte Quersteher auch von Klaus Abelen, der früher ein bekannter Rennfahrer auch in der Deutschen Motorradmeisterschaft gewesen ist. Das waren so seine Anfänge im Motorsport, bevor er dann irgendwann mal sich im GT-Sport wiedergefunden hat und dann über die Rundstrecke am Norbert Kring auf die Langstrecke gewechselt ist. Gilt in ähnlicher Form auch für den Uli Becker, den wir mit der Startnummer 2 draußen sehen. Uli Becker ist auch ein Mann der Nordschleife, der viele, viele Rennen hier gefahren ist, aber seit einigen Jahren auch in der Spezial-Touren-Wagen-Trophäe zu Hause ist. Uli Becker